Ich sage ganz ehrlich, wir haben darüber geredet, dass safe einer von uns ist, weil jeder drankommt an, weil es ist TIGGES. Der erste Spieler. Ich habe den BVB schon als Kapitän aufs Feld geführt. Ich nicht. Ich habe bereits in Bundesliga, Europa League, Champions League und DFB-Pokal für den BVB getroffen. Und ich bin ein absoluter Teamplayer und der dienstälteste Profi beim BVB. Felix. Lukas. Nein. Marcel Schmelzer. War eben noch kurz anders. Bist du dir sicher? Mhm. Darf ich noch mal sagen? Marcel Schmelzer ist richtig. Ich habe auch Marcel Schmelzer gesagt. War zu spät. Der Spieler. Ich habe in dieser Saison einen Profi-Vertrag beim BVB unterschrieben. Ich bin Protagonist eines Imagefilms über das BVB-Nachwuchsleistungszentrum. Steffen? Ansgar Knauf. Das ist richtig. Ja, war ja 50-50 schon. Der Ausgleich. Diggi oder Ansgar. Ich wusste nicht, was als nächstes kommt. Ja. Nächster Spieler. Bachi Roussalu und Tamas Hainal hatten die gleiche Rückennummer beim BVB. Ich? Das stimmt. Danke. Da kennt sich jemand aus. Andere Hinweise wären noch gewesen. Ich habe bereits in drei Ländern Fußball gespielt und ich bin der jüngste Champions-League-Torschütze der BVB. Glaubst du mir jetzt? Was eine Ehre, neben dir zu sitzen. 2-1 für Felix, nächster Spieler. Eines meiner ersten Instagram-Bilder zeigt mich mit Dirk Nowitzki. Puh. Ich habe die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen. Und Kevin Großkreuz trug beim BVB dieselbe Rückennummer. Julian Brandt. Das ist die 19 und das ist wieder richtig. 3-1 für Felix. Nächster Spieler. In Gold? Respekt. Ich habe in der Bundesliga-Hinrunde die meisten Meter im Kader abgespult. Ich habe in den letzten 13 Bundesliga-Spielzeiten immer mindestens einmal getroffen. Und mein Bundesliga-Debüt habe ich unter Ottmar Hitzfeld gegeben. Mal zumal. Sicher? Ja. Sonst hatte keiner Ottmar Hitzfeld als Trainer. Boah, ich habe auch die ganze Erfahrung. Das stimmt. Das 4-1. Der läuft am meisten. 4-1 Matchball für Felix bereits. Ich lasse dich. Ich habe in dieser Saison mein Profi-Debüt beim BVB gegeben. Tickets. Kann ich gehen? Es gibt noch viele andere. Es ist Tickets. 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 Was kommt als nächstes? Darf ich es dann sagen, ob ich es bin oder nicht? Meine Rückennummer trugen bereits Felipe Santana. Ach sie, Schatz? Das ist so unglaublich. Und nur 3 Teamkollegen sind offiziell größer als ich. Ich nicht. Felix gewinnt mit Steffen Tigges. Ja, das ist unglaublich. Natürlich. Ja, wir haben noch drüber geredet. Ich habe es dir gesagt. Aber ich dachte, vielleicht hofft er, dass ich noch eine Runde gewinne. Aber er hat schon nicht mehr vertraut. Er hat schon nicht mehr vertraut. Ich dachte, das kommt dann auch als falscher Hinweis. Jetzt komme ich und dann ist wieder wer anders. Mir ist das egal. Ich habe gewonnen. Auf verdient.